Hallo meine Lieben, hier habe ich etwas, da werdet ihr euch alle verlieben, alle. Schaut euch dieses geile Objekt an, schaut euch dieses geile Objekt an. Es ist ein Penthouse, ein Duplex Penthouse mit Terrasse, mit einem riesen Pool, schaut euch das an. Das ist, und der Preis ist der Hammer, der Preis ist der Hammer, 149.000 Euro nur. Und jetzt kommt der Hammer, 4 Bäder, 4 Schlafzimmer plus Wohnzimmer, also 5 Zimmer und 4 Bäder. Diese Möglichkeit ist mega. Und das ist auch was für Antalya-Fans, weil die Wohnung befindet sich nicht in Alania, die Wohnung befindet sich hier bei Kadrié. Das ist bei, kennen viele Touristen, das ist bei CERIC, das ist hier Titanic Deluxe ist dort und viele Riesenhotels, teilweise 5-Sterne-Hotels, teilweise sowieso. Wir haben sogar ein 7-Sterne-Hotel hier und ich mache mal hier ein bisschen kleiner, dann seht ihr eher, wo wir sind. Und der Flughafen wäre hier und hier ist Antalya Richtung Alania fahren, die D400. Und das ist übrigens weltweit mit die beste Golfspielerregion. Hier Antalya Golf Club und hier ist auch dieses, was fast 2 Milliarden Dollar gekostet hat, Land of Legends, ein Themenpark. Und hier hätten wir dann diese Wohnanlage. Also Leute, wem es nicht unbedingt nach Alania zieht, wer auch Antalya mag, ich bekomme immer wieder auch Fragen für Antalya. Aber ich sage immer, ich habe, sorry, ich habe keine Zeit für Antalya, ich habe nur Zeit für Alania. Alania, aber wenn man so ein Objekt angeboten bekommt, also ihr müsst da zu lange, sofort zu lange. Also wer Kinder hat sowieso, ihr seht es ja selbst. Und jetzt schauen wir uns mal die Wohnung an. Hier haben wir den Balkon und wir sind, im ersten Stock geht es los und dann im zweiten Stock. Ihr seht ja, wir haben hier nur zwei Stockwerke, aber oben hat man halt praktisch die Duplex, die zweite Etage. Und jetzt schauen wir uns mal die Wohnung an. Auch die Möbel sind okay. Schaut euch mal diese riesen Sessel an. Wirklich top. Und eigentlich alles top. Ich kann nur sagen, langt hier zu, so schnell wie möglich. Und für den Preis 149.000. Also diese Wohnung hier würde in Alania einiges mehr kosten. Und das Wichtige hier ist ja auch die große Grundfläche. Das ist ein Riesenareal, ein Riesenareal, wo sich diese Cities befinden. Und top gepflegt. Also wer Zeit hat, wer Lust hat auf sowas, der soll zu lange. Wir haben auch noch eine Terrasse dazu. Und ein Riesenareal, wie gesagt. Und nicht fünf Stockwerke oder zehn Stockwerke. Nein, nur zwei Stockwerke. Und alles persönliche, alles gepflegt. Also wirklich, ich kann euch nur sagen, langt hier zu. Also ich, wenn jetzt das Geld übrig hätte, ja. Ich würde sofort zu langen. Schon aus Spaß um, wenn ich mal in Antalya bin. Weil das ist ja alles mit Security, mit Hausmeister. Wenn ich da mal in Antalya bin oder mal in Antalya Urlaub machen will, mache ich da einfach in meiner eigenen Wohnung Urlaub. Und herrlich, wirklich herrlich. Also Leute, wirklich, wenn ich das Geld hätte, würde ich es selber sofort zu langen. Und hier unterschreibe ich nicht nur nach einem Jahr zehn Prozent mehr, sondern nach einem Jahr zwanzig Prozent mehr. Aber nicht vergessen, mit dem Hinweis, solange keine Bomben auf Deutschland fallen. Immer, dieser Hinweis ist immer wichtig. Denn falls das passiert, dann ist natürlich, kann es sein, weil ich ja hauptsächlich nur deutsche Kunden habe. Und ich will auch das Ganze gar nicht ausweiten. Weil viele schon gefragt haben, Mensch, tu doch erweitern auf Iranisch, Russisch oder weltweit Englisch. Nein, habe ich keinen Bock. So ist besser. Ja, so ist besser. Ja, das ist der Balkon. Wem das zu schmal ist, der kann ja auf die Terrasse hoch. Auf die Terrasse passen einige Liegen drauf. Und wir haben auch nach hinten eine Sicht. Hier das Treppenhaus ist schön breit. Hier der Eingangsbereich. Und da haben wir nochmal einen Balkon. Und wie gesagt, wir haben vier Schlafzimmer, vier Bäder. Die Möbel könnt ihr alle so behalten, wie sie sind. Das ist der Balkon nach hinten. Und es ist auch landwirtschaftliches Gebiet. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, langt hierzu. Und hier schaut auch alles super aus eigentlich. Also es schaut nicht top, super, teuer oder was auch immer. Aber es schaut auch nicht billig aus. Durch dieses Kastanienholz, das ist etwas dunkler, schaut das schon edler aus. Und hier haben wir ja ein Bad mit Wanne auch noch. Und der Preis ist mit allen Geräten. Und wirklich top. Dieses Schlafzimmer hat auch ein Bad. Also wir haben vier Bäder. Dann hier dieses Schlafzimmer hat Zugang zur Terrasse. Natürlich Klimaanlagen sind alle dabei. In dem Preis. Was ist negativ? Ich muss, ich sage ja immer alles euch direkt ins Gesicht. Auch die negativen Sachen. Ich sage euch das Negative. Ohne Auto ist etwas schlecht. Okay. So, jetzt habe ich es euch gesagt. Warum? Weil der nächste Supermarkt, alles ist in der Nähe. Aber man müsste zu Fuß schon zehn Minuten laufen. Also es ist halt nicht so wie in Kestel. Du läufst da drei Minuten, dann bist du im nächsten Supermarkt. Oder der Wochenmarkt ist gleich in der Nähe. Nein. Es ist schon alles ein bisschen weiter weg. Also ohne Auto kann ich es nicht empfehlen. Also ich habe es jetzt hiermit gesagt, damit ihr dann später nicht sagen könnt. Ach, jetzt habe ich kein Auto. Ich bin eine alte Frau. Ich kann da jetzt nicht das Ganze da entlang laufen. Ja, dann ist es halt nichts für euch. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt euch einen Hubschrauberplatz noch hin machen und einen Hubschrauber da bestellen oder einen Taxidienst oder was? Nein. Also es ist dann nichts für euch. Also wer aber ein Auto hat, wer kein Problem hat mit Fortbewegung und so weiter, der soll hier zulangen. Ich würde es so gern selber zulangen. Ich sage es euch. Das ist ein Schnäppchen. Okay. Ein Schnäppchen. Aber nochmal was Negatives. Wer Action und sowas will, der ist hier falsch. Denn Sommer ist viel los, aber im Winter ist hier tote Hose. Okay. Tote Hose. Also wer, wie zum Beispiel in Kestel, ja. Wir haben hier, hier ist was los, hier ist was geboten. Dementsprechend gibt es auch Sachen. Ja. Ob es jetzt der Sushi-Laden um die Ecke ist oder was auch immer. Hier habt ihr mehr eure Ruhe. So meine Lieben. So viel mal von mir. Ich habe euch jetzt alles gesagt. Langt zu, ich kann euch nur sagen, also mega, wirklich mega. Mega. Also da ist garantiert Gewinn mit drin. Ja. Garantiert. Vor allem zur Sommerzeit. Ja. Wenn dann jeder sich da wieder verliebt. Ach, ich möchte da. Dann kann man es besser verkaufen als im Winter. Okay. So viel von mir. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.